Hallo, viele Grüße vom Campingplatz Miramare. Von hier aus bin ich mal gestartet nach Genedig. Ja, wo ich da war, da war es noch recht kalt. Das war so am Anfang bei. Und ich war in so einem kleinen Chalet untergebracht, für vier Personen. Wunderbar. Es war geplant, dass ich mit meiner Freundin reise. Die ist leider krank geworden und bin nicht ganz allein nach Italien gefahren. Viel Spaß beim Schauen und vielen Dank für eure Zeit. Freue ich mich immer wieder. Liebe Grüße, die Doofen. Der Ort war Sotto Marina und ungefähr eine Autostunde nach Venedig. Da bin ich immer mit dem Bus hingefahren. Ja, dass das so weit weg ist, wusste ich auch nicht. Weil es gibt ja auch einen Campingplatz, der ist gegenüber von Venedig. Und da will ich dann das nächste Jahr hin. Unbedingt. Denn ich liebe Venedig. Und dieses Deutsche Vita, das italienische Leben, alles nicht so ernst nehmen. Nicht immer alles sofort. Weniger Stress. Und dass man mehr so die Menschen auch im Fokus hat. Ja. Wollte ich nochmal dazu sagen. Tschüss. Wollte ich nochmal dazu sagen. 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 Wollte ich nochmal dazu sagen.